Musik Das ist die meisten sehr englisch sein müssen. Ja, ja, auch wenn es geht. Jetzt ist die sensible Einflussahme, das ist so toll bei den Klägerinnen. Das kommt mir aus, dass die Klägerinnen und Kläger meistens nur schlechterfahrenden Menschen sind. Wer sich hier ein bisschen annehmt. Der Kuschel, der Spielfeld ist, der bringt den Ball, wie sie mit dem Spielfeld spielen sollen. Ich hab da so eine Spielzeugkiste stehen, der sagt, das ist ein Spielzeug. Geht zurück und geht dann vor seiner Nase damit. Oh, 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 oh. Ist das nicht klasse? Ich lege mich das Ding von den Füßen, geht an die Seite. Also, ich hab da blick, ich weiß, jetzt mal ein Punkt zu hauen. Tränen in den Aula. Wie alles in der Mitte. Der, circa, geht da am Jahresfeld. Der weiß ist ja auch nicht gut. 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 Der Kuschel spielt, wie geht und kriegt mir dann die Klägerin da auch ohne an. Dadurch, dann ist das viel schneller, die dann aufzuzahlen und zu zeigen, die Menschen sind dann am so böse. Aber wenn die, die Kübel das gar nicht geht, der ist so, ja, auf uns schick's wie, als wenn wir einen anderen Huppenhaus nehmen würden. Der würde dem anderen Huppen nichts tun, aber der wird dann auch nicht geändert. Der wird da echt unkuproquiert. Das haben wir auch bei Bahrain sogar gemacht. Unsere Prinzessin. Die vor der Zeitung ist ganz gut. Und wir haben gesehen, dass wir das wohl. Ja. Ja.